Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Hälfte Karting und Thüringen. Hier werden wir kurz noch Kalk streuen, dass das fertig wird. Dazu fahren wir einen Bus ein, der ganz kurz den Bereich abdeckt. Der Lecker geht nicht. Ich muss noch einen ausstecken. So. Hier ist noch gut nicht viel, da fahren wir ganz kurz die Runde. So ganz grob die kleine Ecke fertig kriegen. Die Leier, schön gerade fahren. So ist endlich Freitag. Jetzt schon wieder zu sehen, wann Freitag ist. Wir werden noch heute noch. Donnerstag. So. So. Dann sind wir das Einde. Mit Speyer immer nicht. Beides. Das ist nicht so blöd. Beides. 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 muss ich auch noch aktiviert Kurs 18m das heißt die Ecke keine Fahrgerwände hoch runter den Elberkurs zurück zurück noch ein großer Zug Kalkul 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 Er ist ein Windpunkt macht er wieder die Hälfte so bringt hier auch nichts und schauen wo er hinfährt von vorne so dann gehen wir gleich weiter und schwarzen Gas wird dann mal laufen so und das ist ein und was kann Wann wirst ich wirst 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 und gerade ok gut wo er vergessen wurde nix abklappen nix komm mal aufsides nachts schnell die balls einsammeln das ist ja nicht zuck y nix und 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 Ah, die Kurven sitzen in die Ecke, ah, gut, okay. Ja, da wird es verarbeitet. Mal die ausgewischt. Das ist schön. Die Kulikon ist gescharf, ich bin schuld. So, das läuft wieder. Spatten. Nice. Jetzt müssen wir den Pfarrer holen, der ist da oben. Ups, die bauen wir auch nicht zum Waldressen. Kann man den Kulte belassen. Ein bisschen hell heute hier. Ich bin mein Fens-Office. Ich bin mein Fens-Office. So. Wiese. 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 Ich hab doch schon gut das. Ah, das hat mich wohl nicht. 2 Uhr Zeit, 12 Uhr Kurz Amersin ein bisschen zu machen Das ist ein bisschen besser So, das läuft Und seinen Kargenmensch erprüfen C Nur ein paar Meter Ja Ich pass fertig Dann werden wir gleich auch fliegen gehen Oh Oh Mach doch fein Ja, genau wie er. Schön. Beziehungsweise... Flugersatz. Das ist auch eine Wiese. Oh, ich bin jetzt fertig. So. Jetzt kommt früh. Das ist... ...unförtlich. ...unförtlich. Wunderbar. Drei. Und. gut alt schon zwei Herren Das war's für heute. Wie lange braucht er dafür? Prachtentür zu gucken. Wenn er normal arbeitet. So, das wird das. Wir kommen nicht anlassen. Schauen wir noch mal zu. Die Ecke hier. Und hier alle. Wir werden nächstes Mal einen Kurs nehmen und speichern. Bevor wir anfangen mit Vorspray. So und liebe Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich über einen Like freuen. Danke für mal. Ansonsten hört man sich zur weiteren Folge. Tschaui.